Hey Freunde, kommen wir zum Season Woche 4 Auftrag. Zieh dich innerhalb von 3 Sekunden nach dem Rutschen an einem Vorsprung hoch. Das Ganze müssen wir 3 mal machen. Ihr könnt euch dazu hinbegeben, wo immer ihr auch hin wollt. Das ist total egal. Es muss bloß ein Vorsprung sein, wo ihr euch auch hochziehen könnt. So, in meinem Fall habe ich das jetzt hier. Jetzt sprinten wir, rutschen wir und springen kurz davor hier einfach hoch. Zack, wie ihr seht, haben wir damit 1 von 3. Das Ganze machen wir jetzt insgesamt 3 mal. So, wieder zurück. Sprinten, rutschen und hochziehen. Zack. Und wie ihr seht, ist der Auftrag damit dann auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns im nächsten Clip. Ciao.